Hallöchen, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Angespielt. Stealing the Diamond ist heute an der Reihe, oder jetzt, in dem Moment. Ja, es sieht relativ einfach gehalten aus, so ein Strichmännchen. Na gut, ein Strichmännchen ist nicht ganz anders, also ein relativ einfach gezeichnetes Männchen. Wahrscheinlich ein relativ einfaches Ziel, und zwar den Diamanten zu stehlen. Ihr seht ja, da ist er, was steht da? Teresian Diamond, ach, keine Ahnung, was ist da? Auf jeden Fall Diamond steht da zweites dran. Und diesen Riesenklunker möchten wir haben. Ähm, und da würde ich sagen, spielen wir mal. Eine Live-Dokumentation von einem Museum, anscheinend. Das ist auf dem Zettelstand gerade Test-Subjekt. Auch von der Jobs. Bust-in oder Sneak-in. Das heißt also, wir haben, wie hieß das andere Spiel, wo wir ausgebrochen sind? Escape the Prison, glaube ich. Ähm, ist es hier wieder genau wahrscheinlich das Gleiche. Ähm, und zwar haben wir immer verschiedene Möglichkeiten, äh, Aktionen durchzuführen. Also entweder basteln, wir sprengen uns rein, oder wir sneaken, also wir schleichen uns rein. Ähm, ich denke, das Schleichen ist erstmal die sinnvollere Variante. Jetzt sind wir vor der Mauer. Ähm, entweder wir nach oben. Jumping Hoppers, Anti-Gravity Cap oder ein Teleporter. Oder nach links, Shrink Rail Pick oder Liquidificator. Ich würde sagen, wir nehmen die Jump-Schuhe. Hm, hat es leider nicht ganz geschafft? Sweet Flip Bro. Okay, wir haben es leider nicht geschafft. Wir sind wieder zurück in den See. Ähm, Return Retry. Das heißt, wir fangen wieder beim letzten an. Das heißt, wir können jetzt nicht so probieren. Anti-Gravity Cap, würde ich sagen. Nehmen wir es jetzt mal. Vielleicht fliegt er einfach zu weit nach oben. Das kann auch sein. Ja, dachte ich mir, dass er etwas, äh, weit nach oben fliegt. Soul Hunters. Ähm, okay. Und dann hat es auch noch einen Teleporter. Schauen wir mal, ob der funktioniert. Bis nach oben. Wir haben es geschafft, Leute. Oh, verdammt. Ein Penny, ein Tranquilizer. Falcon Punch. Oder die Invisibility-Pille. Die Unsichtbarkeits-Pille. Ich würde sagen, wir nehmen die Unsichtbarkeits-Pille mit. Miu. What happened? I lost track of you. Ja, wir haben die Spur zu ihm verloren. Einen Schritt zurück, bitte. Nehmen wir ihn wieder, den Teleporter. Natürlich, wenn wir schon oben sind, weißt du, da müssen wir das natürlich auch probieren. Dann werden wir natürlich das auch weiterführen. Ich denke, wir werden ihn mit dem Penny austricksen können, oder? Das ist immer das relativ einfachste. Das war so klar gewesen. Also, entweder wir lassen uns fallen. Wir nehmen so einen Greifhaken, oder wir nehmen die Portal Gun. Ich würde sagen, wir nehmen die Portal Gun. Aus Portal. Ja, das Portal 1 und Portal 2. Oh Gott, ist der dumm. Ah ja, er ist in der Entler-Schleife zwischen den Portalen gefangen. Ich habe jetzt sogar ein riesiger Text dazu. I'm surprised you weren't able to get down there well. Okay. Ja, da steht relativ viel da. 25 Meter pro Sekunde. Energiewert von 4,23 Gigawatt. Und ich glaube, wir sind einfach in der Entler-Schleife gefangen. Okay, gehen wir noch ein Stück zurück. Wir probieren den Tranquilizer. Oh oh. Wow. Wow. Wieder nach oben. Durch den Lüftungsschacht. Oh mein Gott, die arme Saunen. Wir sind schon ganz gut dabei gewesen. Ich meine, Penny. Wenn wir den Penny haben, dann werden wir nicht die Portal. Dann nehme ich den runterfallen, ist auch das Falsche. Penny. Wobei hatten wir, glaube ich, den Tranquilizer. Können wir noch auf Falcon Punch. Ja, ähm. Er ist nicht Captain Falcon aus Super Smash Bros. Millie. Deswegen konnte er den Falcon Punch leider nicht anwählen. Okay, werden wir wieder den Penny werfen. Jetzt sind wir hier drüber. Und diesmal werden wir nicht die Portal-Gam benennen, sondern den Wire, diesen Greifhaken. Ich habe aber das Gefühl, das wird auch wieder nichts werden. Oh doch. Laser Cutter oder Hammer? Ja, ist natürlich logisch. Der Laser Cutter ist natürlich, äh, besser. You get cut. Okay, er hat sich selber zerschnitten. Ist ja sehr clever, der Junge. Äh, dann... Ne, nicht Laser Cutter. Haben wir gerade schon gehabt. Egal, schauen wir uns das nochmal an. Zack. Durch den Kopf durch. Oder durch den Hals durch. Aber immer wieder Werbung nach jedem Leib ist ja miesig. Okay, Hammer. Denk ich mal, wird aber auch nichts bringen. Außer wir müssen dann fliehen. Oh, oh. Die Kanone? Den Käse oder ein Holz? Ich denke, wir nehmen die Kanone. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Nicht. Oh Gott. Hm. Das war wohl nix. Hm. Okay, dann nehmen wir den Plank. Ich denke, das wird vielleicht einfacher sein. Njuu. Und nachdem, die Frau stoppt und verraten sie. Woh, wirklich? Ja. Runterwerfen. Runterwerfen. Njuu, Batsch. Woh, hat keiner gesehen. You want the undetected way. Das heißt, das ist der unentdeckte Weg, sind wir gerade. Das heißt, es gibt also noch einen anderen. Und den werden wir gleich mal bust in. Den werden wir eventuell auch nochmal rausfinden. Schauen wir mal. Kleiner Roller. Ja, da hätte man schnell was drücken sollen. Wow. Okay. Dann noch einmal. Och, geht mir so auf die Nerven, dass der hier im Scheiß den Werbung kommt, ey. Kick. Fail. Jump. Wieder fail, wa? Ja, okay. Dummerweise wieder fail. Das heißt, das mittelang muss es sein. Rammen. Bam. Durch die Tür durch. Wow. Uh, we got a breach headed towards the medieval section. Uh, roger that. We're preparing to engage over. No shield. Das ist Weg Nummer, oh, jetzt haben wir einen Diamanten, sehr schön. Basket. Wow. Okay, das war nicht so clever. Was hat man sonst gehabt? Toe-Cable. Ach so, das Ding. Im Hintergrund, Zeus Rache. Zeus Rache. I figured, Nightgarden, is much less dangerous than driving up. Miu. GTA-Style. Wir haben zwei Sterne, meine lieben Freunde. Oh, ich bin tot, glaube ich. Hm. Stein. Drei Sterne. GTA-Style. Jetzt kommen die Helikopter, Leute. Eine Bubble. Wie ist das denn? Drei Sterne, place deine Hande, wo ich sie sehen kann. Bribe. Was auch immer Bribe ist, vielleicht verhandeln. Oh, mein Gott. Da wurde ich einfach mal alles gerade getötet. Dann würde ich sagen, fahren wir... Ne, wobei, den Diamanten. Ups. Stimmt, wir waren auch an den Diamanten angekettet. Und wir wurden an Land geschwemmt. Wo ist aber der Diamant? Da ist er. You want the aggressive way. Okay, Leute. Ich glaube, das sind die einzigen beiden Wege gewesen, die es da gab. Den aggressiven Weg und den... Wobei, wir können mal ganz kurz nochmal Return to Star. Wir sneaken nochmal rein. Und jetzt möchte ich gerne mehr durch die Wand laufen. Also, durch die Wand mich graben. Shrink Ray. Also, ein Schrumpfstrahler. Fail. Eine Spitzhacke? Creeper! Ja, er hat es überlebt. Den Creeperangriff. Creeperangriff, hm? Ja, ich mag nur den... Uh, bitte, schau. Nehmen wir die Bombe. Der hat aber schneller reagiert. Leg nur eine Bombe vor ihm. Ist kein Ding. Ha, erst jetzt sind. Äh, warum, warum erhalten Sie eine echte Bombe in einem Museum? Okay, dann nehmen wir die Pläne. Njuuu. Uh, ich muss ein bisschen was machen. Da bin ich. Retro sind wir gerade reingegangen in den Raum. Der Diamant. Verdammt, wachen. Wir nehmen auf jeden Fall den Pokéball mit. Nightguards Tim und Joe. Missing No, yeah. Äh, wie geil ist das, ähm. Ey, war euch verloren! Ja, Pokémon, ich weiß nicht, wer von euch die uralten Pokémon-Version gespielt hat. Missing No, ist ein, ein... Ja... Früher nannte man das Computer-Virus, aber man es nicht richtig wusste. Konnte man einfangen, wenn man das eingefangen hat. Und ich glaube, man konnte, man durfte es nicht besiegen, ansonsten war der Safestand kaputt, da musst du wieder neu anfangen. Oder man konnte es einfangen. Ja, einfangen durfte man es, glaube ich, auch nicht. Ich glaube, jedes Mal, wenn man, wenn man gegen das Monster gekämpft hat, ist das sechste Item oder so im, im Etat von 99-fach geworden. Und so konnte man jetzt ganz einfach Sonderbogen aufs von 99-fachen. Oder von 99-fachen, ich glaube, von 99-fachen war es gewesen. Ähm, und hier ist Missing No, halt wieder dafür zuständig gewesen, dass unser Spielstand, oder dass unser aktueller Stand halt zerstört, kaputt, defekt ist, wie auch immer. Und ihr seht doch, die ganzen, äh, Wörter und so weiter sind hier gerade ein bisschen buggy. Wir machen auf jeden Fall das blaue Retry. Ähm, nehmen wir den Mushroom. Das ist das Mario. Wow, wie geil ist das denn, bitteschön. Äh, 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 wie awesome, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ja, Sir. Du möchtest das mal anschauen. Ich bekomme Chaos-Rätungen, um 10.6 Uhr. Das kommt vom Museum. Mein Gott, es ist über neun. Ja, ich lasse diese Entscheidung für dich, Corporal. Habe nur einen von diesen Button, um diese... ...durchschnittliche Situation. Ja, und Museum ist eine ungewöhnliche Aktivität. Und wir sollen anscheinend jetzt selber was machen. Nein, wir wollen mal einen Satelliten. SHOP DAWO! Ich konnte nicht widerstehen. So, dann schauen wir mal. Atom! BAM! Atombombe! Das war's gewesen. Das wird wieder ein Fail sein. Richtig. Dann nehmen wir, was auch immer das hier ist. Ein Taschenrechner. Lead! 1,3,3,7! Wow! Wow, okay. Haben wir ja nur noch eins, und zwar das hier. Ganze Museum zerstören. Krall dir den Diamanten und raus aus dem Ausgang. Ja, so ist das. Das Ding hat zwar das ganze Museum gemacht gemacht, aber wir sind entkommen. Hoffentlich. Nein, nein, nein. Oh doch. Heute schießt gerade nach uns. Ich glaube, wir haben diese nicht bekommen, oder? Ja, natürlich! You want the epic way! Und das werden wahrscheinlich die einzigen drei Wege sein, die es da gab. Also noch mehr halte ich für etwas unwahrscheinlich. Aber ja. Das war's. Dealing the Diamond, die wir sind relativ witzig. Ähm. Gerade so die Einspielungen auf andere Spiele sind auf jeden Fall gut gelungen. Ähm. Ja, weil ich spielen möchte. Kurz. Aber selber, weil ich seine eigenen Wege ergründen möchte, kann das gerne tun. In der Videobeschreibung die Links zum Spiel. Ähm. Und da könnt ihr euch das gerne anschauen. Hier seht ihr übrigens. Ach ja. Okay. Hier Endings. Das sind die, die Medals. Endings. Aggressive, undetected und epic way. Lose six points. I told you, dog. Und da gibt's verschiedene, verschiedene Achievements, die man noch bekommen kann. Fail champion. Watch of you for the unique fails. Okay. Fail fifty five times total. Ähm. Ja. Also wer das gerne mal ausprobieren möchte. Dann gibt's ja noch ein bisschen was zu tun. Back to menu. Und ja. Vielen Dank zu schon. Stealing the Diamond. Wer spielen möchte, wie gesagt. Videobeschreibung ist die Links zum Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschaui. Tschaui. Tschaui.